Job suche Ich glaube, ich muss Geld verdienen. Meine Schwester möchte mich so gern besuchen. Sie kann die Reise nachtäuschen, aber nicht bezahlen. Ich möchte ihr den Flug finanzieren. Vielleicht lesen Sie mal die Stellenangebote in der Zeitung. Ich glaube, ich habe noch die Zeitung vom Samstag. Ja, da ist sie. Also wollen wir mal sehen, welche Stellen es gibt? Schauen Sie, hier ist ein interessantes Angebot. Reisebüro sucht freundliche junge Dame für Leisterbüroarbeit. Englischkenntnisse erwünscht. Kenntnisse in Hindi von Vorteil. Arbeit am PC erforderlich. Arbeitszeit 18 bis 21 Uhr. Gute Bezahlung. Information unter Telefonnummer 3-4-6-1-7-8 Rufen Sie doch mal an. Meinen Sie wirklich? Natürlich. Natürlich. Adrika ruft im Reisebüro an. Reisebüro Sonnenschein. Guten Tag Frau Dietl am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hier spricht Arika Singh. Ich möchte mich gerne um die Stelle bewerben. Sie suchen jemand mit Kenntnissen in Englisch und Hindi. Können Sie auch am Computer arbeiten? Ja, das kann ich auch. Gut. Sind Ihre Hindi und Englisch Kenntnisse? Hindi ist meine Muttersprache. Englisch lerne ich schon seit 10 Jahren. Seit wann sind Sie den schon in Deutschland? Seit 3 Monaten. Ihr Deutsch ist wirklich ausgeschnitten. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und stellen Sie sich vor. Unser Reisebüro ist in der Königinstraße 4. Wissen Sie, wie Sie zu uns kommen? Ich denke, ja. Wann kann ich zu Ihnen kommen? Geht es morgen? Morgen Nachmittag? Sagen wir um 17 Uhr? Ja, das geht. Also, dann bis morgen Frau. Wie ist Ihr Nachname? Singh. Ich buchste Stabiera S für Sie. S-I-N-G-H. Mein Vorname ist Adrika. Adrika Singh. Wir sehen uns dann morgen, Frau Dietl. Auf Wiedersehen. Danke, Tschüss. Bis bald.